Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Zentrale an R3, uns wurde eine Ballschießerei gemeldet Fliegen Sie sofort nach Washington, Eckler, Breyer Was haben Sie, was die großen Profirennteams nicht haben? Ich habe den Pfarrer Haben Sie nicht gerade gesagt, dass es zig Pfarrer gibt? Aber keiner ist wie dieser Der ist was Besonderes Wir arbeiten schon eine Weile zusammen, so einen habe ich noch nie vorher gesehen Ich würde ihm selbst helfen, wenn ich das Geld hätte Ja, aber Sie haben das Geld nun mal nicht Mr. Rose Wenn man den Burschen hinters Steuer setzt Gibt es nichts, was er nicht kann Da steckt viel Geld drin Sie können nicht verlieren Wieso frisst du Chinesendreck in meinem verdammten Laden? Wieso hat ein Jude eigentlich eine Pizzeria? Shannon kennst du ja Mach dich vom Acker, ich muss mit meinem Partner was bereden Ich wollte dich bloß verarschen Alles klar, Shannon? Was macht dein Scheißbein? Ich habe für alles gebüßt Ich werde es mir überlegen In Ordnung? Aber ich will diesen Jungen erst mal kennenlernen Mehr verlange ich auch nicht Ich möchte dir jemanden vorstellen Und sprich nicht drüber, was der an dem Wagen gefällt Ich will den Preis noch ein bisschen drücken Junge, darf ich dir Bernie Rose vorstellen? Freut mich wirklich sehr Meine Hände sind etwas schmutzig Meine auch Sie sind ein klasse Fahrer Danke Guter Junge Und, was jetzt? Bekommen wir die 400? Ich gebe Ihnen 300 für 70% Abgemacht Ah, verstehe Sie werden es nicht bereuen Wir feiern hier so einfach, aber Für das, was ich getan habe Muss ich mich schämen Und bei euch allen muss ich eine Menge Wiedergutmachen Man kriegt nicht oft eine zweite Chance im Leben Stimmt's? Und das kann man schon mal feiern Oder? Sie Deshalb möchte ich mein Glas erheben Und trinke auf die Lady da drüben Danke, dass du noch da bist Ich liebe dich, Henry Salute Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich 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 Sie nennen mir Zeitpunkt und Ort? Ich gebe Ihnen ein Zeitfenster von fünf Minuten. Wenn innerhalb dieser fünf Minuten was schief geht, gehöre ich Ihnen. Ohne Wenn und Aber. Ich werde mich nicht an dem Überfall beteiligen oder eine Waffe tragen. Ich fahre. Sind Sie erst vor kurzem nach L.A. gezogen? Nein, ich lebe hier schon eine Weile. Was machen Sie so? Ich bin Fahrer beim Film. Ist das nicht gefährlich? Ich mache das nur ab und zu. Hi. Hi. Ach, ihr beiden kennt euch. Hör auf. Wenn man den Burschen hinters Steuer setzt, gibt es nichts, was er nicht kann. Darf ich dir Bernie Rose vorstellen? Meine Hände sind etwas schmutzig. Meine auch. Wer war das? Es gibt ein paar Typen, für die ich einen Job machen soll, aber ich spiele da nicht mit. Was ist denn das für ein Job? Wir sehen uns in fünf Minuten. Ich brauche nur vier. Oh mein Gott! Hast du irgendwas von einem zweiten Wagen gewusst? Er sagt, dass da irgendein Wagen sein wird, der uns aufhängt. Wem gehört das Geld, das ich habe? Ich werde dir mal was verraten. Wenn jemand das rausfindet, sind wir beide tot. Was hast du da? Hat dir das einer der Männer gegeben? Du hast ihm von Irene erzählt! Ich beruhige dich, Junge! Kommt dir dir bekannt vor? Was deine Träume betrifft, Hoffnung für die Zukunft, die wirst du auf Eis legen müssen. Für den Rest deines Lebens wirst du hellisch aufpassen müssen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020